Erst 2023 hatte die US Space Force ein Programm für Satellitendienstleistungen im niedrigen Airorbit ins Leben gerufen und es mit einem Budget von maximal 900 Millionen US-Dollar für die nächsten zehn Jahre ausgestattet. Nach rund einem Jahr waren bereits 660 Millionen, also fast drei Viertel des gesamten Budgets, ausgegeben. Die meisten Aufträge betrafen Starshield, die militarisierte Version des Starlink-Dienstes von SpaceX. Daher hat das US-Verteidigungsministerium, oder kurz DOD, die Budgetdeckelung des sogenannten Proliferated Low Earth Orbit Satellite Based Services Program, oder kurz PLEO, kurzerhand auf 13 Milliarden US-Dollar erhöht. Der PLEO-Vertrag bündelt die Nachfrage aller Teilstreitkräfte und ermöglicht es der Regierung, günstigere Preise zu sichern. Der enorme Anstieg der Finanzierung unterstreicht die entscheidende Bedeutung, die das Hochgeschwindigkeits-Satelliten-Internet mittlerweile für militärische Operationen hat, da alle Teilstreitkräfte nach den Fähigkeiten verlangen, die Dienste wie Starlink bieten. Aber die 13 Milliarden werden nicht ausschließlich an SpaceX gehen. OneWeb profitiert, wenn auch in wesentlich kleinerem Ausmaß, auch von diesem Programm. Aber nicht zuletzt wird der PLEO-Vertrag auch erweitert, wenn man in den kommenden Jahren mit dem Markteintritt von Amazons Internetkonstellation Kuiper rechnet. Bisher wurden 20 Anbieter ausgewählt, um im Rahmen einer fünfjährigen Basisperiode, mit der Option auf weitere fünf Jahre, um spezifische Aufträge zu konkurrieren. Einige von denen du schon mal gehört haben könntest, sind zum Beispiel Black Sky, Viasat, Intelsat und Iridium. Aber abgesehen von SpaceX und OneWeb hat noch keiner der anderen 18 Bewerber tatsächlich Aufträge erhalten. Daher ist anzunehmen, dass ein großer Teil dieser 13 Milliarden an SpaceX gehen wird. Dabei kann es sich um Navigation, Kommunikation, Erdbeobachtung bzw. Spionage oder andere Dienste handeln. Aber auch so Dinge wie Jamming, Spoofing und Close Proximity Manöver. Wir gehen jetzt nicht genau darauf ein, was das alles bedeutet, weil ich das in einem anderen Video ganz genau beleuchte. Das Thema habe ich im Detail im Video behandelt, das ich euch im Abspann verlinke. Die steigende Nachfrage des Pentagons nach Starshield unterstreicht, wie sich Starlink an militärische Feldoperationen anpassen kann, indem es schnelles Internet bietet, das einfach einzurichten und unter herausfordernden Bedingungen zuverlässig ist, sagte Kevin Siebert, der Leiter für Geschäftsentwicklung von SpaceX für Starlink und Starshield. Er bemerkte, dass der PLIO-Vertrag den Anbietern die Flexibilität bietet, selbst Dienstleistungen zu definieren, anstatt spezifische Produktspezifikationen vorzugeben. Dieses marktgetriebene Modell hat es den Anbietern ermöglicht, die kosteneffektivsten Wege zur Bereitstellung von Fähigkeiten selbst zu identifizieren und sich von Preisstrukturen wie pro Megahertz oder pro Megabit zu lösen. Siebert sagte, dass ein früher Entwurf der Ausschreibungsanforderungen für den PLIO-Vertrag eine obligatorische persönliche Schulung für die Installation der Terminals vorsah. SpaceX widersprach, indem es die Einfachheit der Installation von Starlink betonte, die minimale technische Kenntnisse erfordert und typischerweise aus Anstecken und auf den Himmel richten besteht. Und diese beiden Schritte zur Inbetriebnahme sind nicht zwingend in dieser Reihenfolge durchzuführen. Bei dieser Gelegenheit der ganz schnelle Hinweis auf die brandneue Kooperation mit Planet Pioneers. Wir haben gemeinsam eine unglaublich coole Kollektion herausgebracht. Es kommen wöchentlich neue Designs, also schau gerne regelmäßig rein auf planet-pioneers.de oder unter dem Link in der Videobeschreibung. Mit dem Rabattcode Mars26 gibt es für die ersten 50 Einkäufe einen Rabatt von 10% auf den gesamten Einkauf. Also gleich zuschlagen. SpaceX hat die ersten Tests im Jahr 2018 durchgeführt, als sie die ersten beiden Testartikel ins All brachten. Die beiden hießen Microset 2A und Microset 2B und wurden später in Tin Tin A und B umbenannt. Seither gab es mehrere Upgrades. Die ersten Versionen mit einem Gewicht von je 227 Kilogramm, die in größeren Stückzahlen eingesetzt wurden, waren die Starlink V 0.9. Davon wurden insgesamt 60 Stück ins All gebracht. Allerdings verglühte nur 95% der Satelliten Bestandteile in der Erdatmosphäre. Erst die ersten V 1.0 Starlinks, die ab 2019 zum Einsatz kamen, waren so gebaut, dass nach ihrer Lebzeit 100% aller Bestandteile beim Wiedereintritt verglühten. Also kein Weltraumschrott mehr. Diese V 1.0 Satelliten wogen schon 260 Kilogramm. Die Starlink V 1.5 wurden dann noch einmal 35 Kilogramm schwerer und wiegen somit rund 295 Kilogramm. Bei den bisher beschriebenen Satelliten handelt es sich um die erste Generation der Starlink Satelliten. SpaceX hat aber bereits die zweite Generation, die V 2 Satelliten, bereits in Bau und hatte gehofft, sie schon 2022 mit Starship ins All zu bringen, da sie zu groß für die Falcon 9 Nutzlastbucht sind. Als absehbar war, dass Starship noch ein Weilchen braucht, bis es betriebsbereit ist, hat SpaceX die sogenannten V 2 Mini gebaut, damit sie den Aufbau der Konstellation fortsetzen können. V 2 Satelliten sind 7 Meter lang und wiegen 1250 Kilogramm. Du hast vielleicht schon mal irgendwo diese oder eine ähnliche Grafik gesehen, die zeigt, wie die Konstellation aufgebaut ist. Die Satelliten umkreisen die Erde in unterschiedlichen orbitalen Schalen, die jeweils in Bahnen unterteilt sind. Die erste Schale ist 550 Kilometer hoch und besteht aus 72 Bahnen, auf denen jeweils 22 Satelliten die Erde umrunden. Die niedrigste Schale ist die Gruppe 10 auf einer Höhe von 279 Kilometer und die höchste ist die Gruppe 2 auf 570 Kilometer. Die Anzahl der Bahnen reicht von 4 bis 72 und die Anzahl der Satelliten pro Bahn reicht von 20 bis 120. Ende Oktober 2024 hatte SpaceX insgesamt 201 reine Starlink-Missionen absolviert und damit 7213 Starlink-Satelliten im All positioniert. 709 Stück sind bereits dekommissioniert und in der Atmosphäre verglüht und 6504 Stück sind funktionstüchtig. Rund 100 davon sind Star Shield-Satelliten und gehören dem DOD. Weitere Starts für das DOD sind geplant, allerdings gibt es dazu immer nur ganz wenige Infos. Eine der Missionen, die 20 Starlink-V2-Mini beförderte, war ein Fehlschlag. Beim Start der Gruppe 9 Bahn 3 von Vandenberg am 12. Juli 2024 bildete sich ein Leck in der Oberstufe, die zum Verlust der gesamten Nutzlast führte. Von den 6500 Satelliten sind knapp 300 sogenannte Direct-to-Sell-Satelliten. Direct-to-Sell-Satelliten ermöglichen es Mobiltelefonen direkt mit Satelliten zu kommunizieren, ohne dass herkömmliche Bodeninfrastruktur wie Zelltürme benötigt wird, was eine nahtlose Konnektivität selbst in abgelegenen oder unerschlossenen Gebieten gewährleistet. Insbesondere für Einsatzkräfte ist das besonders praktisch. Ende Oktober schrieb der Senior Director for Satellite Engineering, dass sie nur mehr fünf Starts brauchen, um die Direct-to-Sell-Konstellation zu vervollständigen. Bisher hat SpaceX rund 10 Milliarden US-Dollar in die Entwicklung der Konstellation gesteckt. Analysten gehen davon aus, dass Starlink bis Ende 2024 in die grünen Zahlen kommt. Im September 2024 war das System in 91 Ländern weltweit aktiv und konnte rund 4 Millionen Kunden verzeichnen. SpaceX macht rund 6 Milliarden US-Dollar mit dem Raketengeschäft und dieses Jahr wird Starlink das erste Mal auch diese 6 Milliarden US-Dollar-Marke erreichen. Die Anzahl der Kunden steigt rapider an und es wird angenommen, dass sie 2025 mehr Geld mit Starlink als mit ihrem Kerngeschäft dem Raketenstaat verdienen. Der Starlink-Umsatz wird wahrscheinlich in den kommenden Jahren auf 20, 30 oder sogar 40 Milliarden US-Dollar ansteigen. Aktuell sind 12.000 Satelliten genehmigt und weitere 35.000 beantragt. Allerdings handelt es sich bei diesen Zahlen um die insgesamt gestarteten Satelliten. Nicht alle werden gleichzeitig im All sein. Der Grund für die hohe Anzahl der Satelliten ist, weil man verhältnismäßig recht niedrig fliegt und somit jeder Satellit eine kleinere Fläche abdecken kann. Ein großer Vorteil dabei ist, dass die Latenz so gering ist, dass man damit sogar zocken kann und sogar Börsenhändler setzen auf das System für Arbitragegeschäfte. Mit jeder Generation der Satelliten steigert SpaceX die Bandbreite. Also worum es tatsächlich geht, ist die Bandbreite pro Kilogramm Satellit. Und in dieser Hinsicht sind die V2-Satelliten unschlagbar. Aktuelle Beobachtungen lassen darauf schließen, dass die ersten V2-Satelliten mit Starships Flug 7 erstmal ins All gebracht werden. Was hältst du von Starlink und Starshield und davon, dass die USA so viel militärisches Geld da hineinstecken? Lass mich deine Gedanken in den Kommentaren wissen. Danke an alle Kanalmitglieder und Patrons, die uns auf dieser Reise begleiten. Und denk dran, eure Unterstützung hilft uns diesen Kanal zu betreiben. Alle Infos dazu, wie du uns unterstützen kannst, findest du unten in der Videobeschreibung. Ein Abo und Daumen hoch sind jedenfalls kostenlos und helfen auch sehr. Bevor ich mich verabschiede, noch der Hinweis auf die brandneue Mars-Chroniken-Website. Mars-Chroniken.space ist die Adresse. Gehe gerne jetzt drauf, teste die Seite auf Herz und Nieren und hinterlasse uns dein Feedback im Forum. Mein Name ist Sirwan und das war Mars-Chroniken. Danke fürs Einschalten, Paris-Better, Ad Astra.